Was geht ab Leute? Heute ist soweit. Wir haben ja schon mal vor ein paar Wochen, ich glaube sogar schon im letzten Monat oder so war das, haben wir uns mal Leute angeguckt mit heftigen Superkräften. Das Ding ist, heute haben wir aber halt auch mal welche, die aber einfach Kinder sind Leute und die haben anscheinend Superkräfte oder sowas. Also ich bin mal gespannt, ob das wirklich auch so stimmt. Ich kann mir schon vorstellen, weil in der Welt passieren auf jeden Fall verrückte Sachen. Ich glaube jetzt aber gar nicht mehr so lange rum. Wir gucken uns das jetzt direkt an. Lasst gerne ein Like und ein Abo da Freunde. Wenn ihr davon mehr sind möchtet, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Wir schauen jetzt mal, wie das Ganze so aussieht. Ich bin gespannt. Nummer 10. Ramses Sanguino ist ein 5 Jahre alter Junge, der in Los Angeles in den Vereinigten Staaten lebt. Er sieht aus wie ein normales Kind, aber der Junge hat das Savant-Syndrom. Dies ist eine Bezeichnung für jemanden mit einer autistischen Störung, der in einem bestimmten Gebiet ganz besondere geistige Fähigkeiten hat. Der Junge kann 7 Sprachen sprechen, darunter Italienisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, Japanisch, Arabisch und Russisch. In jungen Jahren hat seine Mutter mehrere fremdsprachige Fernsehsendungen gezeigt und der Junge hörte sich gerne an, worüber sie sprachen. Dann beschloss der Junge mehrere Sprachen im Internet zu lernen. Aber das ist noch nicht alles. Nach Angaben der Mutter zeigte der Junge Anzeichen von Telepathie und schließlich wurde ein Experiment durchgeführt. Nach drei Treffen mit dem Jungen würde Dr. Paul in der Lage sein, ein gewisses Maß an Telepathie zu demonstrieren. Sie benutzte einen Generator für Zufallszahlen, um Zahlen auszuwählen, an die die Mutter denken konnte. Rameses war in der Lage, die Gedanken seiner Mutter zu lesen und zu erraten. Bitte was? Also das Kind konnte quasi Gedanken lesen. Nummer 9. Yang Jinglong ist ein siebenjähriger Junge aus Shuzhou, einer Stadt in China. Er ist ein gewöhnlicher Junge, der zwischen 20 und 35 Kilogramm wiegt, aber ansonsten übermenschliche Kräfte besitzt. Er kann seinen Vater tragen, der mehr als 90 Kilogramm wiegt. Darüber hinaus trägt er problemlos einen Sack mit 100 Kilogramm Zement. Nach Angaben seines Vaters verdankt er diese Superkräfte dem Essen. Er isst drei Schüsseln Reis oder Nudeln pro Tag. Als der Junge mit seiner Familie und seinen Freunden seilziehen ging, hat er sie alleine geschlagen. Yangs Vater hat ein Video hochgeladen, in dem er ein Auto voller Menschen nach vorne zog. Das Video wurde auch im Internet geteilt. Als er erst neun Monate alt war, konnte er bereits zweieinhalb Kilo schwere Ölfässer ohne Probleme hin und her heben. Am Ende ist es Yangs Traum, Olympiasieger im Gewicht heben zu werden. Ja, also glaubt mal Leute, der wird bestimmt richtig weit kommen. Ich würde mich mal interessieren, wie alt er jetzt ist. Aber vielleicht wisst ihr es. Dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Aber echt schon krass, muss ich sagen. Echt schon sehr interessant. Sehr interessant. Nummer 8 Elisha ist ein 14-jähriges Mädchen, das wie jedes andere Kind auch gerne Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden verbringt. Eines Tages saß sie im Auto und ihr Vater fuhr sie zur Schule. Sie begann Wörter zu lesen, die auf den Straßenschildern standen. Aber anstatt sie normal auszusprechen, sprach sie sie umgekehrt aus. Der Grund dafür, dass sie dies tun konnte, ist, dass sie ein fotografisches Gedächtnis hat. Das bedeutet, dass sie die Wörter in ihrem Kopf visualisiert. Als sie dies ein paar Monate später im Auto mit einigen Freunden noch einmal tat, hat es jemand auf Facebook gepostet und das Video ging viral. Sie trat in der Fox-Fernsehsendung Superhuman auf, in der sie ihre besonderen Fähigkeiten zeigte. Sie gaben ihr einige lange Worte, um zu sehen, wie gut sie tatsächlich war. Und ohne Probleme konnte sie alle Worte sagen. Lol, ich will so, ich, warum hab ich keine heftige Superkraft oder so? Nummer 7. Gabby Ginkras ist ein Mädchen aus Minnesota in den Vereinigten Staaten, das Gymnastik und Brettspiele liebt. Sie schaut auch sehr zu ihrer älteren Schwester auf. Es ist immer jemand da, der ein Auge auf sie hat. Der Grund dafür ist, dass das Mädchen keinen Schmerz empfinden kann. Wenn sie zum Beispiel auf den Boden fällt oder die Treppe hinunter fällt, fühlt sie keine Schmerzen. Deshalb trägt das Mädchen jeden Tag einen Helm und eine Brille. Der Grund für die Brille ist, dass sie sich in der Vergangenheit am Auge verletzt hatte und die Ärzte dafür gesorgt haben, dass ihr Auge auf eine Weise geschützt bleibt. Außerdem mussten ihr die Zähne entfernt werden, weil sie nicht fühlen konnte, wann sie sich gebissen hatte und ob das wehtat oder nicht. Inzwischen ist das Mädchen 18 Jahre alt geworden und hofft, in Zukunft ein normales Leben wie alle anderen führen zu können. Also das mit den Zähnen ist auch schon heftig, muss ich sagen. Aber krass Leute, ohne Spaß. Das war schon heftig, muss ich sagen. Das war schon heftig. Also, ob man das möchte. Nummer 6 Nanandan Unikrishnan ist ein neunjähriges autistisches Mädchen aus Indien mit einer besonderen Gabe. Sie kann die Gedanken ihrer Mutter lesen. Am Anfang war es für ihre Mutter schwierig, dem Mädchen zum Beispiel beizubringen, eine Kaffeetasse zu benutzen. Das Mädchen hatte auch Sprachprobleme, aber das Besondere ist, dass sie in der Lage ist, die Gedanken ihrer Mutter zu lesen und zu erzählen, bevor ihre Mutter die Worte ausspricht. Und wenn die Familie als Überraschung irgendwo hingehen möchte, weiß das Mädchen dies, bevor sie es ihr überhaupt sagen. Eine Reihe von Wissenschaftlern und Journalisten waren bei ihr zu Hause, um zu sehen, ob die Geschichten wahr sind. Und es stellte sich heraus, dass sie tatsächlich die Gabe hatte, die Gedanken ihrer Mutter zu lesen. Selbst als man die Mutter in ein anderes Zimmer gebracht hatte, gelang es ihr, die Worte oder Gegenstände, die ihre Mutter aufgeschrieben hatte, immer wieder zu beschreiben. Was? Ey, okay, das ist so krass, Alter. Nummer 5 Möchtest du dich an Dinge erinnern, die du während deiner Kindheit und in der Vergangenheit getan hast? Wenn man älter wird, vergisst man viele Momente. Aber das ist bei dem elfjährigen Aurelien Heyman nicht der Fall. Er erinnert sich unglaublich detailliert an alles, was in seiner Vergangenheit passiert ist. Er konnte sich daran erinnern, was er gegessen hatte, welche Kleidung er trug und welche Lieder er im Radio hörte. Im Jahr 2012 wurde er in einem Dokumentarfilm von Channel 4 mit dem Titel Der Junge, der nichts vergessen kann, gezeigt. Du wirst dich fragen, wie das möglich ist. Der Junge hat ein sehr autobiografisches Gedächtnis namens Hyperthymesia. Das ist sehr selten und es gäbe nur wenige Menschen auf der Welt, die so etwas tun könnten. Laut einem Professor an der Universität Hall, der ihn getestet hat, hat der Junge sich immer richtig erinnert. Überleg mal, wenn du sowas hast, du kannst doch so viel anstellen im Leben. Nummer 4. Dies ist die besondere Geschichte von Emma Tablet. Diesem Mädchen wird eine psychische Fähigkeit nachgesagt, mit der sie Feuer erzeugen kann, indem sie ihren Geist kontrolliert. Das wird auch Pyrokinese genannt. Es gibt keinen hundertprozentigen Beweis dafür, dass sie es tatsächlich tun kann, aber es gibt Geschichten von Menschen, die es können. Emma lebt auf den Philippinen auf den Inseln in den westlichen Visayas. Es verbreiten sich Geschichten, dass Emma mithilfe ihres Geistes Feuer entfacht hat. Der Bürgermeister kam eines Tages vorbei und den Geschichten zufolge hätte das Mädchen ihm erzählt, dass etwas in Brand geraten würde. Und es geschah tatsächlich. Ein T-Shirt fing Feuer. Danach dauerte es nicht lange, bis die Nachrichten über Emma herauskamen. Alles, was sie machen musste, war das philippinische Wort für Feuer zu sagen. Wir haben keine Ahnung, ob das wirklich wahr ist, aber es könnte sein, denn hin und wieder geschehen Wunder. Na, Leute, was sagt ihr? Ich sage, das ist Fake. Fake, Fake. Nummer 3 Lucas Murray ist ein 5-jähriger Junge aus Dorset im Südwesten Englands, der blind geboren wurde. Er ist einer der ersten Briten, der in der Lage ist, seine Umgebung mit einer Technik zu visualisieren, die von Fledermäusen, Delfinen und einigen Wahlarten verwendet wird. Diese Technik wird Echolokalisierung genannt. Die Echolokalisierung, die durch Zungenschnalzen am oberen Ende seines Mundes ausgelöst wird, ermöglicht es ihm zu erkennen, wie nahe Objekte sind und woraus sie bestehen. Diese Technik wurde ihm von Daniel Kisch beigebracht. Lucas hätte diese Technik schnell gelernt, aber er fand sie schwierig. Lucas Mutter sagt, dass ihr Sohn aufgrund der Echolortung eine fantastische Zukunft hat. Heute kann er mit Freunden laufen, Basketball spielen und auf einem Trampolin springen, ganz alleine. Diese Veränderung hat auch sein Selbstvertrauen gestärkt. Ey, krass. Muss man sagen. Sehr, sehr krass, muss ich sagen. Sehr, sehr krass. Nummer 2. Liam Höxter ist ein Junge, der in die Nachrichten kam, weil er unglaubliche Macht hat. Er hat eine Muskelhypertrophie, bei der das Muskelgewebe durch Vergrößerung des Volumens einzelner Muskelzellen an Größe zunimmt. Liam lebt in Roosevelt Park, Michigan, in den Vereinigten Staaten und hat wenig bis kein Körperfett. Was? Aus diesem Grund ist sein Körper bis zu 40% Muskeln. Er ist nicht nur muskulös, sondern auch extrem stark, schnell und wendig. Als er noch ein Kleinkind war, konnte er bereits Gewichte heben und mehr Liegestützen und Sit-Ups machen als die meisten erwachsenen Männer. Im Alter von 3 Jahren konnte er bereits schwere Gegenstände heben. Liam hat also wirklich etwas von einer Superkraft. Wir denken, dass jeder so viel wie möglich essen möchte, ohne zuzunehmen. Und Liam kann das tun. Der Junge hofft, dass er in Zukunft an der Strongest Man Show teilnehmen kann. Ey, er kann einfach so viel essen wie er möchte, ohne zuzunehmen. Lol, wie krass ist das bitteschön. Nummer 1. Nong Yuhui ist ein Junge aus China, der 2012 in den Nachrichten war, weil er Katzenaugen haben würde. Er wurde mit besonderen blauen Augen geboren. In China sind die Augen der Menschen normalerweise dunkel. Seine Eltern haben auch braune und schwarze Augen, aber das ist nicht alles, was den Jungen besonders macht. Seine Superkraft besteht darin, dass er in völliger Dunkelheit sehen kann. Er kann zum Beispiel in völliger Dunkelheit Bücher lesen und in einem stockdunklen Raum ganze Fragebögen ausfüllen. Für viele Wissenschaftler ist das ein großes Rätsel und sie haben keine Ahnung, wie es möglich ist. Die Eltern des kleinen Jungen waren dadurch besorgt und erlaubten Ärzten, Untersuchungen durchzuführen. Es stellte sich heraus, dass er besonders lichtempfindlich ist. Seine Augen sehen sogar grün aus, wenn sie mit einer Taschenlampe beleuchtet werden. Die Ärzte gehen davon aus, dass sich seine Augen wieder normalisieren werden. Aber das ist noch nicht geschehen. Ey, überleg mal, du hast einfach so eine Augen und kannst da irgendwas ausrauben, wo es da komplett dunkle. Sagen wir mal, du stellst den Strom irgendwie ab und kannst da einfach irgendwas ausrauben mit deinen Augen. Okay, ich denke auf jeden Fall schon wieder zu heftig, Leute. Aber das war auf jeden Fall wieder sehr, sehr interessant. Lasst uns auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von sowas mehr sehen möchtet, Freunde. Ich würde sagen, checkt die beiden Videos hier aus. Dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Halt da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.